Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass es schon bald Frühling wird, sieht man zum Beispiel an diesen Blumen hier. Und am neuen Modenjournal von Ihrem Coop-Warenhaus, wo ein regelrechts Buket von fröhlichen und aktuellen Frühlingsmoden enthält. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, war ein Eindruck von den neuen Moden, den Sie jetzt überall in Ihrem Coop-Warenhaus erleben können. Sie sehen also, ein Besuch lohnt sich sicher. Sie sind dort schon mitten im Frühling und können erst noch mitmachen an einem Sofort-Wettbewerb mit tollen Preisen. Und natürlich auch am Jackpot-Wettbewerb. Der erste Preis dort, das ist eine Reise für zwei Personen mit dem Schiff nach Holland. Wir wünschen da viel Glück. Glück haben Sie ganz sicher, wenn Sie vom neuesten Popularis Reise-Hit-Angebot profitieren können. Eine fantastische Reisewoche in der Toskana. Nach einem schnellen und bequemen Toskana-Sonderflug über die Alpen nach Groseto erwarten Sie schon die erste erlebnisreiche Fahrt im Comfortbus durch die eindrucksvolle Landschaft der Toskana. So erleben Sie acht faszinierende Toskana-Tage mit der Besichtigung der historischen Florenz oder den Sehenswürdigkeiten in Pisa, Siena mit seinen Monumenten aus dem Mittelalter und Volterra, die Stadt des Alabasters. Oder gegen einen kleinen Aufpreis ein Abstecher nach Rom und auf die Napoleon-Insel Elba. Auch für einen erholsamen Aufenthalt ist gesorgt direkt am Meer mit viel Sonne und Sandstrand. Achtung, es gibt nur fünf so Toskana-Wochen. Abflüge vom 6. Mai bis 3. Juni jeden Montag. Die Platzzahl ist beschränkt, rufen Sie darum gerade an 041 40 44 22. Ich wiederhole, 041 40 44 22. Informieren Sie sich bis heute Abend am 10 Uhr über das einmalige Toskana-Angebot von Popularis. Videotext-Teilnehmer finden mehr Informationen unter Telekob 75 75 und Teletext-Abonnenten auf der Seite 223. Den Preis des Toskana-Angebots erfahren Sie am Schluss dieser Sendung. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt 10 Tulpen für nur 93. Tualettenpapier-Hackle 6 Rollen für nur 4 Franken. Vom Coop-Fotoservice kommen Sie bei jedem Erstauftrag alle Farbkopien im Standardformat für nur 50 Rappen über. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Dosen Midi-Ravioli à la Napoletana statt 5,40 nur 4,20. Rahmglasse Goldstar Vanille statt 2,75 nur 2,20. Ein Liter Sinalco statt 1,45 nur 1,10. Vorzugsbutter 100 Gramm statt 1,70 nur 1,45. Und 200 Gramm statt 3,35 nur 2,85. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Binti-Herr-Döpfel 2,5 Kilo nur 2,70. Rüebli das Kilo nur 1,20. Grüner Lauch das Kilo nur 3,50. Und das ist eine Woche Toskana mit Popularis für sage und schreibe 595 Franken. Telefonieren Sie jetzt 041 40 44 22. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017